Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Store Update Video. Wie versprochen möchte ich euch heute auf dem Laufenden halten und euch daran erinnern, dass ihr seit gestern bis nächste Woche Dienstag sämtliche legendären Skins für die Waffen und für die Legenden aus dem aktuellen Event per Direktauswahl kaufen könnt für 1800 Coins. Ich zeige euch hier nur mal schnell, welche Skins das sind, damit ihr das nicht verpeilt. Wir haben als erstes den Skin für den Pathfinder, die Kriegsmaschine, der sehr, sehr geil aussieht. Wir haben Lifeline, ich gehe es nur kurz durch, weil ihr kennt die Skins mittlerweile nun alle. Dann haben wir Wraith, wir haben Watson, den ich auch sehr, sehr geil finde und die Alternator. Also wie gesagt, nur eine kleine Erinnerung dafür. Achso, bevor ich das verchecke, ihr habt dafür jetzt, wenn ihr das Video aktuell heute guckt, noch bis morgen, 19 Uhr, glaube ich, Zeit, haut das hin. Wir haben es jetzt, 9 Uhr, ihr habt auf jeden Fall bis morgen Abend noch Zeit, euch sämtliche Skins, die heute drin sind, zuzulegen. Sehr, sehr teuer, muss ich leider sagen. Ich hoffe, dass es im nächsten Event ein bisschen besser läuft und am Freitag kommt dann schon das nächste Update-Video von mir. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und für alle, die jetzt gerade zeitnah das Video gucken, gibt es jetzt gleich noch einen Livestream. Schönen Tag, bis Freitag, ciao.